Musik Tach Leute und willkommen zurück bei How to Survive. Jetzt wollen wir mal wieder eine Mission machen. Ich spreche schon mal Kovac an. Hallo Heidi. Guten Tag. Ich komme auch gleich nach. So. Ich würde dann noch... Was wollen wir eben machen? Ah doch. Da. Reh-Ragout. Okay. Los geht's. Ähm. So. Dann. Queststufe 8. Minimum 4. Was wollen wir jetzt machen? Niedriger, höher, wie auch immer. 5. Ja. Queststufe 9. Nein. Queststufe... 5. Ja. Machen wir mal... 5 mal... Boah. 5 infizierte Hirsche. Ja. Wir machen 5. Das reicht. Hm. Okay, wir starten. Definitiv. Ich gehe schon mal rein. Ja. Ich komme jetzt nach. Mal gucken, ob du nachjoinst. Ja. Wird schon irgendwie laufen. Ja. Mit den Rehen habe ich alle so... noch nie so gute Erfahrungen gemacht. 5 Hirsche müssen wir töten. Oh Mann. Ich würde darauf... so oft drauf gehen. Ich warte jetzt, bis du joinst. Ja, ich bin gleich... jetzt hier. Okay. Gut. Hi. Aloha. So. Jetzt gucken wir mal. Sollen wir die mit... mit Pfeil und Bogen machen? Oder mit... Ähm. Ich würde sagen mit Pfeil und Bogen und dann... ähm... weglaufen immer. Aluminiumkrücke habe ich bekommen. Was ist das denn? Okay, hier ist das Hirschgehege wahrscheinlich. Sag auf jeden Fall sofort Bescheid, wenn du irgendwo eine Heilpflanze siehst. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Hirsch. Warte mal. Warte mal. Nicht... Nicht... Du stehst hinter mir, ne? Deswegen... Bist du bereit? Jetzt geht's. Warte. Und jetzt. Okay. Gut. Oder... Immer ganz langsam vorantasten. Ja. Gehen wir nach unten oder nach oben? Gehen wir nach oben. Hier ist ein Zombie auf jeden Fall. Ja, hier auch. Hast du ihn? Ja. Okay. Ähm... Hier ist gleich noch einer. Gut. Okay. Weiter geht's. Ja. Da ist noch einer. Ich hab Angst vor den Hirschen. Ja, müssen ein bisschen aufpassen hier, ne? Die sind ja arschschnell. Diese Hirscher. Da oben wieder ein Zombie. Das Problem ist, sobald ein Hirsch und ein Zombie zusammenkommen, das wird dann richtig schwierig. Weil du musst du halt irgendwie einen anvisieren und, äh, ich würde immer den Hirsch anvisieren, weil der einfach viel, viel wendiger ist. Nach rechts? Ähm... Ja, gehen wir einfach mal nach rechts. Gehen wir nochmal nach rechts. Oh, scheiße, zwei Fette. Also zwei Fette und ein Hirsch, das wäre eine richtige, miese Aktion. Dann bist du sowieso tot. Oh, schön. Sehr gut. Oh, unter uns. Ja, ja. Ein Hoppelhäschen. Ein Hoppelhäschen. Ich hab ja ein langsames Hoppelhäschen. Ah, klar, langsames Hoppelhäschen. Scheiße, schnelles Hoppelhäschen. Oder mittelmäßig schnell rennen das Hoppelhäschen. Aber... Ohne Bögen hätte man hier solche Probleme, oder? Ich hab generell jetzt schon Probleme. Ohne Heilpflanzen hab ich Probleme. Ich bräuchte mal wieder welche. War noch kein Hirsch hier. Nur, nur, äh, Zombies. Ja. Oh, schnell, schneller. Boah, gut. Boah, ich bin jetzt dann bald an meiner Lebensgrenze. Hier kommen wir nicht weiter. Und es ist kein Hirsch da. Wie, du hast keine Energie mehr? Kaum. Scheiße. Hast du noch eine Heilpflanze oder einen Verband? Einen Verband. Oh. Okay, dann übernehme ich jetzt die erstmal hier, die, die weiteren. So, also mein Leben ist aufgefüllt, aber dann, wenn es weg ist, ist sie weg. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal vor. Links. Achso, hier geht's auch nicht weiter. Ähm, wir haben... Aber kein Hirsch, ne? Ja, weil wir auch nur straight gerade ausgegangen sind. Och. Und einfach alles andere liegen gelassen haben. Warte, gehen wir mal hier lang. Können wir da noch weiter? Ja. Da kommen wir weiter. Okay, hier wieder einer. Okay. Das hab ich mal so gelöst wie du. Ja, funktioniert ganz gut, oder? Noch einer. Achtung. Ich muss ja mal gucken, dass nicht ich dich abschieße. Nee, das wär nicht so gut, da hast du recht. So. Wenn wir schon schlecht im Leben sind. Noch einer, noch einer. Jetzt konnte er sich nicht entscheiden, ob sie in eurem Laufung soll. Bam. Ist immer richtig cool, wenn du noch so einen richtigen, guten Hit setzt irgendwie, obwohl du eigentlich in einer richtig beschissenen Position bist, ne? Da oben ist noch einer. Wenn wir nach oben. Warte, lauf mir nicht in den Bogen. Wo ist, wo lauf mir nicht in den Bogen? Wo ist denn der, wo ist denn der Hirsch? Wo ist denn der Reh? Der Reh. Der Reh. Boom. Wo ist denn der Reh? Gut. Und noch Pfeile. Hast du noch Pfeile? Ja. Oh. Gibt sich. Oh, nee. Hier sind. Too much. Too much traffic. So. Gut. Gut, 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 gut. Wie du immer auch meine Pfeile mit ansetzt. Entschuldigung. Hirsch. Das ist ein Hirsch. Und, es ist eine Heilpflanze da. Jetzt. Ei, ei, ei. Er ist schnell. Er ist schnell. Oh. Er ist tot. Jawohl. Oh, ich habe die Pfeile weggenommen. Tut mir leid. Ich nehme jetzt keine Pfeile mehr. Hier ist eine Heilpflanze, bitte. Wo ist denn die Heilpflanze? Aber erst mal ist hier ein Zombie. Du hast mich gehittet. Danke. Das ist meine Lebensenergie auch so kurz wie vorbei. So. Weiter geht's. Ja. Also, wenn mich jetzt hier irgendeiner hittet, dann gehe ich hier drauf. Hast du gar nichts mehr, oder wie? Doch, ich habe noch einen leichten Verband. Den nehme ich mir jetzt auf. Ich habe da drei Stück von. Dann nimm doch den jetzt, dass du wieder leben hast. Ja, habe ich doch, habe ich doch, habe ich doch, habe ich doch, habe ich doch. Das ist doch alles gut. Ich bin so doof. Aber es war mein Fall. Okay, hier ist irgendwas. Ich habe noch 17. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier im Wasser was sein könnte, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wieso rennst du dann durch? Ist doch egal. Wir wollen mal rausfinden, ob das ist, da, da ist. Aber, da haben wir hier Piranhas oder sowas. Oh, toll. Insel Sumpf. Mal gucken. Ist das Ende der Map da? Ne. Doch. Oh, unten fährt die. Im Wasser? Oder was? Wiggle, Wiggle hat er gemacht. Ich habe dir schon wieder einen Fall geklaut. Oh, Mann. Hier lang. Du da, King. Ja, rechts. Oh. Hola. Hola, Chica. Bam. Und. Ja, bitteschön. Ich glaube, ich lerne das nicht mehr mit den Pfeilen übrig lassen. Ne. Achtung, da ist ein Dicker. Ja, ich mache ihn. Okay, da sind Pfeile. Lecker. Toll. Die Angesauten kriege wieder ich. Hier ist ein Stock und hier ist noch eine Heilpflanze. Nehm dir mal eine Heilpflanze mit. Ja. Ich kümmere mich um den. Hol dir die Heilpflanze. Hier ist noch ein Pfeil. Handwerk produzieren. Ja, komm, lass doch gut sein. Nehm ich mit. Nehm ich mit. Ich nehme einen Baumierhölz. Warte. Zwei fucking Hirsche. Sind sie übereinander? Oder kann man einen nacheinander? Ich sehe sie noch nicht. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt kommt er auch gleich. Weg. Weg. Immer nur wegrennen beim Hirsch. Oh yeah, Hirsch. Wo ist der Hirsch? Der ist so weit weg. Okay. Erster liegt. Nimm dir die Pfeile. Ich gehe auf den zweiten. Ich habe mir schon 40 neue gemacht. Der zweite ist hier irgendwo da. So. Ich sehe ihn noch nicht. Oh, Zombies. Oh shit, er hat mich platt gemacht. Oh nein, jetzt haben wir ein Problem. Now we have got a problem. Geh weg, geh weg, geh weg. Ist er tot? Der Hirsch ist natürlich nicht tot. Du musst auf den Hirsch gehen, nicht auf die Zombies. Ja, aber die Zombies gehen auf mich. Die Zombies, die sind langsamer als der Hirsch. Los. Ja, aber ich sterbe daran. Sieh zu. Der Hirsch ist tot. Jetzt haben wir noch eine Chance. Hallo, du musst doch mit dem Pfeil schießen. Was machst du da? Was tust du da? Ich weiß es nicht. Du bist doch verrückt. Alter, was tust du da? Ich habe jetzt nicht mehr so viel Energie. Bitte, bitte. Jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Schnell, 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 bitte, 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 danke. Das war eine, das war eine sehr exotische Sache, die du da gemacht hast. Ja, ich, irgendwie wollte der keine Pfeile mehr schießen. Aber der Hirsch hat mich mit einem Mal gehittet, ne? Ja, ich weiß, der ist stark. Aber ich dachte schon, du kriegst es nicht mehr geschissen, ey. Ach du Scheiße. Du hast das auch gedacht, oder? Ja. Ja, das dachte ich mir, ey. Das sah auch leicht so aus. So. So, okay. Also, trinken und essen ist bei dir okay noch? Nein, ich muss jetzt kurz was trinken. So. Gut. Weiter geht's. Ja, hier geht's noch weiter, tatsächlich. Hier geht's auch wieder in den Sumpf, oder? Ja, genau. Jetzt müssen wir anscheinend noch irgendwie einen anderen Weg finden zum Sumpf. Aber da geht's auch noch runter. Ja, da, ich würde links gehen jetzt. Hm, hier unten, ja? Na gut, gehen wir links, ne, gehen wir links, hast recht. Ja, links. Unten kommen wir her. Irgendwo. Hier so wo? So, hier wird wahrscheinlich der letzte Hirsch sein. Ja, mit Sicherheit. Und wo muss er ja sein? Oh. Da müssen wir durch. Okay, hier wird wahrscheinlich wieder Zombie-Party sein. Wir sehen noch gar nicht. Oh, da ist der Hirsch. Ja, ja, ja. Und hier sind erstmal Zombies. Warte, hol vor den. Gut. Da ist auch eine Heilpflanze. Okay, aber wir können den Hirsch jetzt so theoretisch kommen. Warte, da ist noch ein Zombie. Siehste? Oh nein. Aber ich hätte hier einmal nicht warten sollen. Ja, gut. Ich. Alter. Oh, oh. Wieso? Hier. Oh, ist gegen den Baum. Oh, oh. Bam. Ist so ein bisschen wie so Stierkämpfer, ne? Oder so, ne? Macht man da mit dem, ne? Jawohl, wir haben alle Hirsche erledigt. Jetzt sollte man nochmal gucken, ob wir hier noch ein paar Sachen einsammeln können. Ja, hier ist noch eine Heilpflanze irgendwo. Okay. Ich glaube, ich habe sie schon mitgenommen, oder? Ja, habe ich. Doziert. Oh shit, das sind mehrere. Warte, ich komme. Okay, wir haben sie. Pfeile nehmen. Okay. Kannst du ruhig wieder nehmen. Ich habe mir aus den Baumstämmen ein paar gemacht. Oh. Hier ist gleich noch einer, glaube ich. Ja. Da ist noch einer. Ach, hier. Der steht, glaube ich, wieder auf, oder? Ne, ne, ich glaube. Hier geht es, glaube ich, hier geht es nicht mehr weiter. Ne. Es gibt doch nichts zu holen. Das ist kacke. Ich glaube, wir sind durch. Hier oben waren wir noch nicht so ganz. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier hoch. Da ist ein fetter. Nehmen wir vor, die kleinen. Ja. Und da ist ein fetten. Oh, ii. Das ist immer noch so dermaßen abortig, wenn der da so explodiert. He's so fat. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Oh, ja. Hier oben waren wir schon. Wir müssen nochmal runtergehen. Hier links müssen wir. Oh, zwei Zombies. Noch ein fetter. Gerade gespawnt. Frisch gespawnt. Ja, toll. Oh, das ist gerade ein richtig großes Spawnpunkt. Sind da noch welche, oder was? Ja, ich habe drei. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe zwei. Ich habe einen fetten. Okay, die Musik tritt auch wieder ein. Das heißt, es ist hier durchaus Alarm. Okay, ich kann dir helfen. Ja, danke. Hier zwischen der Musik. Oh, shit. Oh, also ich habe keinen mehr, oder? Noch einer da, noch einer da. Okay. So. Ich glaube, das waren sie alle diesmal. Oh, ja. Ich glaube, die Mission haben wir mit... Ich habe einen Schokoriegel. Haben wir mit... Wo ist denn den her? Vom Zombie. Ich glaube, die Mission haben wir jetzt durchaus mit Bravour hinter uns gebracht. Wie viele Experience Points haben wir eigentlich schon bekommen dadurch? Ähm. Kann ich jetzt gerade gar nicht sehen. Ich habe... Bist du schon rausgegangen? 16.826 gerade. Bist du schon rausgegangen? Nein. Okay, gut. Kann ja... Aber ich denke mal, jetzt können wir raus, ne? Ja. Ich will auch jetzt rausgehen. Okay, gut. Wir kriegen 9.577 EP insgesamt. Kann man mal machen, ne? Ja, finde ich ganz gut. Das ist jetzt ganz okay eigentlich, ne? Ja, ist ganz, ganz nett. Mal gucken, was wir noch dazu bekommen haben. Wie hat dir das Reragou geschmeckt? Es war recht, äh, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal so sagen. Also ein bisschen, ein bisschen zu wenig gebraten. Es wird mir auch gar nicht angezeigt, ob ich irgendwie, ähm, noch zusätzliche Sachen bekommen habe. Du auch, hast auch nichts bekommen, ne? Ich kann mein Level jetzt, mein, 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 mein Camp jetzt aufpeppen. 25.442 XP haben wir jetzt. Ich habe unser Camp jetzt mal auf Stufe 9 gebracht. Das ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Ähm, ich könnte es auch noch auf eine andere Stufe bringen. Oder sollen wir erstmal den Charakter erhöhen? Ich kann meinen Charakter nicht auf 9 bringen. Okay, gut. Ich kann ihn auf 9 bringen, habe ich. Gut. Jetzt kann ich, äh, jetzt muss ich das Camp wieder verbessern. Oder das Handwerk. Ähm, gucken wir mal kurz, ob im Handwerk was zu machen ist. Kann tatsächlich im Handwerk nichts machen. Äh, in Verbesserungen. Ähm, das Gute ist ja, das Handwerk, das, ähm, kann man ja immer machen, wenn man das Camp verbessert, ne? Ja. So, ich kann, naja, uns fehlen zwei Stufen fürs Camp, ne? Mhm. Damit wir das Camp auf eine höhere Größe, äh, bringen, ne? Ja, mach mal. Ja, können wir jetzt ja gerade nicht. Ähm, ich habe jetzt keine Erfahrungspunkte mehr. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen was gebaut kriegen, oder? Auf jeden Fall. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.